Ob im BGV-Restaurant oder am Arbeitsplatz, wenn die Azubis mit ihren Smartphones durch den BGV laufen und Fotos schießen und Videos drehen, dann wissen alle, die WhatsApp-Tage finden wieder statt. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das von Studenten und Azubis geleitet und geführt wird. Es richtet sich an diejenigen, die nach der Schule nicht wissen, was sie machen wollen. Mit den BGV-WhatsApp-Tagen möchten wir einfach denjenigen, die sich an einem dualen Studium oder einer Ausbildung im BGV interessieren, die Möglichkeit geben, sich einfach und unkompliziert darüber zu informieren. Hallo und herzlich willkommen zu den BGV-WhatsApp-Tagen. Mein Name ist Martin, ich bin schon lange her, ich bin hier im Haus des BGV und befinde mich hier im IT-Ausbildungszentrum und zu meiner Seite sitzt hier unsere Azubis Leonie, die gerade an einer Web-Applikation programmiert. Auf Wiedersehen. prescription- updates und Für jeden Ausbildungs- und jeden Studiengang gibt es jeweils einen Tag, in dem sich alle Interessenten in einer großen BGV WhatsApp-Gruppe sammeln. Und dort nehmen wir sie dann mit an die Hand, zeigen ihnen unseren Arbeitsplatz, unsere Arbeitsabläufe und nehmen sie wirklich überall mit hin. Gerade unsere neuesten Produkte, Forstar, das ist ja gerade für junge Leute konzipiert und auch der Flexi-Mobil-Tarif in der Kraftfahrtversicherung. Warum erwähne ich das? Die der WhatsApp-Tage ist es zu zeigen, dass bei einer Versicherung zu arbeiten Spaß macht und neue Auszubildungsstudenten zu finden, dass diese Teil des BGV werden. Hallo, ich bin Evelyn. Bist du der Julian? Ja, richtig. Schön, dass du da bist. Wir kennen uns von den WhatsApp-Tagen, richtig? Genau, ja. Perfekt. Ich würde dir gerne deinen Arbeitsplatz zeigen. Super, freue ich mich. Richtig. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada başliche Bahbracht. Bis zum nächsten Mal.